Durch künstliche Intelligenz werden sich Prozesse und Prozessmanagement grundlegend verändern. Ein Thema, das uns dabei alle angeht, ist die KI im Gesundheitswesen. Sei es, weil wir Patienten sind, sei es, weil wir als Arzt oder Ärztin eine Praxis führen oder sei es, weil wir als Angestellte in einer Arztpraxis arbeiten. Die Auswirkungen von KI auf die Prozesse im Gesundheitswesen werden gewaltig sein. Und was da wirklich passiert und wie dramatisch die Veränderungen für alle Beteiligten sein werden und ob wir unser Gesundheitswesen vielleicht völlig neu denken müssen, ist Thema in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ich habe bei meinen Recherchen zum Thema KI und Prozessmanagement eine Internetseite des Fraunhofer-Instituts gefunden, die verschiedene Möglichkeiten des KI-Einsatzes im Gesundheitswesen aufgreift. Den Link zu der Originalseite finden Sie natürlich in der Videobeschreibung. Im Bereich der Früherkennung verweist die Fraunhofer-Seite auf eine Software des Uniklinikums Tübingen. Hier werden MRT-Bilder des Gehirns mittels speziell trainierter KI auf Abweichungen hin untersucht, um Alzheimer zu erkennen, lange bevor die ersten Symptome auftreten. Wie funktioniert das prozessual? Der Patient kommt in die Radiologiepraxis, in der die MRT-Aufnahmen des Gehirns vorgenommen werden. Diese Aufnahmen werden dann verschlüsselt und pseudonymisiert an die KI-Software in der Uniklinik Tübingen übertragen. Dort vermisst dann die Software mit der KI die einzelnen Areale des Gehirns und vergleicht diese mit einer riesigen Referenzdatenbank ab, wo ganz, ganz viele, hunderttausend oder Millionen von Bildern drin sind und weist eben exakte Messergebnisse in einem ausführlichen Bericht aus. Der Radiologe erhält dann den Auswertungsbericht innerhalb von Minuten zurück und kann das Ergebnis direkt in seine Befunderstellung integrieren und bei Bedarf mit dem Patienten auch entsprechend besprechen. Die KI scheint also aufgrund des Trainings mit dieser riesigen MRT-Bildbestand von Gehirnen eine beginnende Alzheimererkrankung schon deutlich, teilweise wohl Jahre vor den ersten Symptomen zu erkennen. Ein einzelner Neurologe wird vermutlich in seiner beruflichen Laufbahn nie die Menge an Einzelbildern sehen und analysieren können, wie es die Bilddatenbank und die dafür speziell entwickelte Software leisten kann. In der Zukunft muss damit die Software dem einzelnen Mediziner als Individuum überlegen sein. Ich finde, für solche Zwecke ist die KI also wirklich eine tolle Sache, weil sie einfach das Gesundheitswesen von der medizinischen Sicht her aus ein ganzes Stück nach vorne bringt und den Arzt und die Ärztin entsprechend da entlastet, wo es wirklich hilfreich ist. Aber was bedeutet das auch prozessoral, wenn wir mal jetzt über den Tellerrand der verbesserten Früherkennung hinausdenken? Da passiert nämlich ganz viel und das wirft ganz große Fragen auf. Erstens, was ich mir gedacht habe, wie ich das gelesen hatte, welcher Patient geht denn anlasslos Jahre vor den ersten Symptomen einer Alzheimererkrankung zum Radiologen und lässt sich MRT-Bilder seines Gehirns aufnehmen? Welche Krankenkasse würde eine solche Früherkennung denn eigentlich übernehmen von der Kostenseite her? Oder müsste eine solche Leistung vielleicht genauso in den Präventivkatalog übernommen werden, wie zum Beispiel die Brust-, Darm- oder Prostatakrebsvorsorge? Wie viele MRT-Geräte mit den entsprechenden ausgebildeten Mitarbeitern zur Bedienung müssten denn in diesem Land überhaupt zur Verfügung stehen, um ein flächendeckendes Vorsorge-Screening überhaupt nur zu ermöglichen? Man bekommt ja jetzt schon als Akutpatient kaum einen Termin bei einem Radiologen. Und diese Fragen führen mich auch in einen anderen Bereich der Früherkennung mit Hilfe der KI. Es geht um die Früherkennung von Hautkrebs mittels KI. Den Link zu dem Thema finden Sie wieder in der Videobeschreibung, auch das ist ein ganz spannendes Thema. In der Hautarztpraxis wird also mit einem Smartphone, mit einem ganz normalen, üblichen Smartphone und einer speziellen Software-Bilder von, ich sage es immer als Laie, ich bin ja kein Arzt, Leberflecken gemacht und an eine Analyse-Software geschickt. Die vergleicht, ähnlich wie dem MRT-Beispiel, die Bilder mit einem riesigen Bildbestand und meldet dann dem Arzt zurück, ob es sich um Auffälligkeiten handelt, die man im Bereich des Hautkrebs eben genauer inspizieren sollte durch einen Experten und dass man was behandeln muss oder eben auch nicht, dass es eben ein völlig unauffälliges Bild einfach war. Und durch die hervorragende Erkennungsrate werden also bei unauffälligen Befunden die Folgetermine in den Arztpraxen vermieden und bei auffälligen Befunden entscheidet der Hautarzt dann eben entsprechend über das weitere Vorgehen. Und auch hier wird die Früherkennung wie im Alzheimer-Fall massiv durch die KI verbessert, weil einfach die KI trainiert worden ist mit Hunderttausenden bis Millionen von Bildern und damit eben viel, viel größere oder andersrum viel, viel kleinere Abweichungen vom Normalwert einfach sehr viel schneller auch erkennen kann. Aber auch hier stellen sich wieder weitergehende prozessuale Fragen und die werden eben genau nicht beantwortet. Derzeit wird also argumentiert, mindestens medizinisch geschultes Personal in den Hautarztpraxen muss die Bilder aufnehmen, weil Beleuchtung, Abstand etc. für qualitativ gute Aufnahmen passen müssten. Naja, ich bin der Meinung, eine etwas weiterentwickelte Smartphone-App nimmt auch einen Laien so weit an die Hand, um vernünftige Bilder zu machen. Das kann man ja mit Abstandsmessungen zum Beispiel entsprechend ja auch alles gut in die App mit entsprechend reinprogrammieren. Und ein Besuch der Hautarztpraxis zu einem reinen Fototermin erscheint mir auch manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Man darf nicht vergessen, im Gesundheitswesen geht es natürlich auch um riesige Finanzströme, um Kostenmodelle, um Geschäftsmodelle und Ähnliches. Also es geht ja auch in der Argumentation von Dermatologen um die Abrechnungen von Arztleistungen. Das darf man auch in dem gesamten Kontext nicht vergessen. Spielen wir mal diesen Ansatz vielleicht ein bisschen weiter. Jeder hat auf seinem Smartphone eine App, die deppensicher, nein, nicht deppensicher, gelingsicher, gelingsicher Bilder von Leberflecken macht und an diese KI schickt. Dann gibt es eine Rückmeldung, die Aufnahme ist auffällig, bitte gehen Sie zu einem Dermatologen für eine genaue ärztliche Untersuchung. Oder sie ist nicht auffällig, Sie müssen nichts weiter tun. Wie läuft jetzt eigentlich die Abrechnung von solchen Leistungen und ist das überhaupt noch eine medizinische Leistung, wenn ein Arzt nur noch im Verdachtsfall hinzugezogen wird, aber ansonsten ja eigentlich alles, vielleicht der Patient selbst macht, mit Hilfe einer Software. Oder wird es in der Zukunft Dienstleistungsbetriebe geben zur Vorsorge, die mit bildgebenden Techniken arbeiten, aber keinen Arzt mehr beschäftigen, weil diese als Spezialist eben nur noch im Verdachtsfall hinzugezogen wird. Also gibt es quasi Fotografenstudios, um es mal vielleicht darm auszudrücken, für solche Fälle eben MRT-Aufnahmen, möglicherweise auch nur das Bedienen eines Geräts, da malt ja keiner selber ein Bild. Oder eben diese Bilder machen eben mit dem Smartphone. Denken Sie doch mal an Optiker, Hörakustiker oder Orthopädie-Schuhtechniker. Auch hier werden technische Hilfsmittel hergestellt und verwendet, die unseren körperlichen Gebrechen entgegenwirken, aber selbst ist da kein Arzt beschäftigt. Also der Arzt stellt zwar eine Verordnung raus, das ist richtig, also es wird auf Anordnung eines Arztes eine bestimmte handwerkliche Leistung gebracht, aber letztendlich das Anpassen und dass es funktioniert und so weiter, macht ja letztendlich der Betrieb selber. Oder das medizinisch geschulte Personal, das zum Beispiel millionenfach in der Corona-Pandemie Nasen- und Rachenabstriche vorgenommen hat und die Labordiagnose zu einer möglichen Corona-Infektion dann nur noch via Online-Plattformen den Patienten übermittelt wurde. Das war auch alles ziemlich ohne Arzt, wenn natürlich auch ein Arzt auf jedem Laborbefund als Verantwortlicher angegeben war. Die KI hat also hier die Fähigkeit, bisher ärztliche Leistungen und damit auch Vergütungen in Frage zu stellen. Und denken wir doch auch mal an die Folgen in die andere Richtung. Also wie viele von uns gehen denn regelmäßig zum Hautarzt zur Hautkrebsvorsorge? Bei der derzeitigen Terminsituation ganz, ganz schwierig. Und plötzlich könnte ja jeder seine Vorsorge selbst machen, also Demokratisierung der Vorsorge, der medizinischen Vorsorge. Alleine durch das Ausweiten der Vorsorge auf die Gesamtbevölkerung steigen ja die Verdachtsfälle enorm, auch wenn die Quote der Verdachtsfälle stabil bleibt. Also einfach, weil die Basis sehr, sehr viel breiter wird. Und die wollen dann tatsächlich aus gutem Grund natürlich alle einen Termin beim Hautarzt haben. Und dann bekommen die vielleicht über den längeren Zeitraum keine, weil unser Gesundheitssystem auf so einen Ansturm ja überhaupt nicht ausgelegt ist. Also die KI wird aus meiner Sicht das Gesundheitswesen wirklich massiv verändern und auch verändern müssen, weil dies die Notwendigkeit von Ärzten bei bestimmten Sachverhalten infrage stellt, weil es traditionelle Abrechnungs- und Geschäftsmodelle infrage stellen wird und weil die Demokratisierung der Prävention einen nie dagewesenen Pull nach medizinischer Expertise danach nach sich ziehen wird. Also eben beim Anschauen eben der Verdachtsfälle. Und darauf ist ja unser Gesundheitssystem aus den Hauptakteuren, Bürger, Arzt, Krankenkasse, Politik, Software- und Technikanbieter sowie medizinisch-technisches Personal zum Bedienen der Maschinen oder der Software von ihren Prozessen her eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Und bei der derzeitigen Veränderungsgeschwindigkeit in unserem Gesundheitssystem werden wir wohl von der Realität der KI-Anbieter sehr schnell einfach überrollt werden. Das war nur eins von elf Themenfeldern aus dem Beitrag des Frannhofer-Instituts, das bei mir eben genau diese Fragen alle aufgeworfen hat, nach den Folgen der KI im Gesundheitswesen. Wie denken Sie da drüber? Schreiben Sie mir doch gerne mal Ihre Meinung in die Kommentare rein. Was denken Sie da drüber, was da wirklich passieren wird? Und ich freue mich auf das nächste Video zum Thema KI und Prozesse beziehungsweise Prozessmanagement. Wir sehen uns herzlichst, Ihr Axel Schröder.